Leute, lauft! Lauft um euer Leben! Das kommt, um uns zu holen! Es wird niemals langweilig. Verschleckt euch! Ihr müsst verschwinden! Hey, was ist denn los? Da ist ein, äh, sechsäugiges Ding. Es kam aus dem Nichts. Es hat mich angegriffen. Was hat ihn angegriffen? Ein Monster. Was? Monster? Monster? Na endlich! Was Aufregendes! Aber du hast dich noch gar nicht mit meinen Problemen beschäftigt. Hörst du überhaupt zu? Jemand hat letzte Nacht fast alle meine Kaugummi-Bananen geklaut. Ja, das ist toll, aber er sagte Monster. Ich war in der Nähe des Wasserfalls. Es hatte sechs Augen und hat mich ins Wasser gestoßen. Perfekt. Äh, ich meine, nicht so schön für dich kann ich mir vorstellen, aber der Kampf gegen ein Monster, das ist Sache des Königs. Ich kümmere mich darum. Alles andere kann warten. Hallo, gestohlene Bananen. Was auch immer es ist, ich wette, es kommt aus den Nachtranken. Genau das könnte das Orakel gemeint haben. Aus den entferntesten Landen herübergekommen. Am gefährlichsten Ort das Heimbad gewonnen. Gefährlich? Klingt wie eine Einladung für mich. Mia, Yuko, seid ihr soweit? Hey, was ist mit meinen... Ich bin sicher, wir finden den Bananendieb, wenn Mo zurück ist, ja? Ich packe mir ein paar von denen ein als Proviant. Danke, Lassita. Was für ein Training. Sie müssen ja so stolz sein. Eine disziplinierte Kampfeinheit erhält man nicht über Nacht. Na endlich, Abwechslung. Was gibt es für Neuigkeiten? Eine Kreatur, die die Elfen angreift? Ah, verstehe. Ah, mit sechs Augen? Ah, das kann nur der sechsäugige Schlängler sein. Ein scheußlich, grässliches, fieses Monster. Finde ich gut. Wir sollten es aufspüren. Aber wieso denn? Wenn es die Elfen frisst, sage ich, lass es. Wir brauchen nur nicht, dass es an uns herumkaut. Sie fürchten sich wohl, ich nicht. Es könnte ein guter Lakaai sein, wenn wir es zähmen. Ja, man kann niemals zu viele kompetente Krieger haben. Was immer es ist, es hat zwölf Füße. Zwölf Füße und sechs Augen? Das muss ich sehen. Und schau, hat die Spur. Da lang. Oh, Elfen. Noch nicht lange her. Beeilen Sie sich doch mit Ihrer Spurensuche. Für meinen Geschmack ist das ja alles zu flüssig. Hm. Hier war noch etwas. Etwas mit... zwölf Beinen. Das kann nur eins sein. Der bösartige, gabelfüßige Fangfeind. Ein Schmackfeind. Vielen Dank.